Ach ja, was soll man bloß schenken? Die Leute haben doch schon alles. Der Schlosswirt in Werthofen hat es. Das Genussttheater-Buffet inklusive Karte für die Volksbühne 2019. Mit erhöhtem Sitzplatz, Konsumation auch während der Vorstellung und auch mit Wärmedecken. Es gibt aber auch Gutscheine für drei bis sechs Gänge inklusive Bier- und Weinbegleitung auf dem Kubus oder auch in der schwarzen Kuchel.